Grüß euch! Wir kriegen immer wieder mal Anfragen für mehr Sicherheit am Berg, wenn es zum Beispiel geht über Schneefelder, über Eis und so weiter. Bei normalen Bergtouren hat man das ja mitgeplant. Wenn man eine Hochalpintour macht, ist man meistens gut ausgerüstet, ist entweder selbst erfahrener Alpinist oder hat einen Bergführer mit. Wenn man jetzt auf eine Tour geht, die man schon jahrelang im Sommer gegangen ist und dann im Frühling oder im Herbst geht, wenn die ersten Schneefelder da sind, dann wird es gefährlich. Es gibt ein paar Stellen, da wird der Schnee reingewahrt, da hat man gepressten Schnee oder aufgeführend oben. Schafft es noch, vier, fünf Meter, das Schnee fällt rein, indem man einfach wirklich den Füßen gescheit rein stampft und plötzlich kommt man auf der Eisplatte und dann alles weg. Wenn unterhalb dann gleich abhangen ist, dann war es das. Um hier mehr Sicherheit zu gewährleisten, gibt es verschiedene technische Hilfsmittel für die Schuhe. Das Leichteste, das man mithaben kann zum Beispiel, sind Krödeln. Das sind einfache Hilfen, Speikhilfen, die man theoretisch auch in der Stadt verwenden kann, wenn man wirklich viel Schnee hat oder eben am Berg. Ein Modell, das ich euch dazu haben möchte, sind solche Schneeketten. Zuerst, man hat unten drauf wirklich gute Eisenkrallen, die einen festhalten am Eis und im Schnee. Die sind schön verpackt. Das heißt, ich kann mit so einem Packerl das leicht im Rucksack mithaben. Wenn ich weiß, dass eventuell oben Schnee liegen könnte, ist das nicht schwer, nehme ich es mit. Und der Vorteil ist auch die einfache Montage. Das heißt, ich habe einen normalen Schuh, Bergschuh, Wanderrschuh, der ist nicht schneigessenfest und gar nichts, hat eine gute Biegung, mit dem gehe ich das ganze Jahr über. Und zur Not tue ich das dann drauf. Braucht keine Vorkenntnisse. Die sind ganz einfach zum drüberziehen. Das heißt, ich nehme den Schuh. Ich sage es euch gleich, leichter ist, wenn man Schuhe auszieht. Es geht auch anders. Aber so kommt man einfach besser zusammen. Es gibt verschiedene Größen bei diesen Krödeln. Ich ziehe das dann einfach drüber. Wie man da jetzt sehen kann, der passt sich perfekt, der Schuhform an. Ich halte wirklich relativ gut drauf, für das, dass es einfach nur drüber gezogen wird. Ich habe unten vertrauenserweckende Spikes, die mir im Schneefeld die nötige Sicherheit geben, dass ich da reinkomme. Also es ist jetzt nicht für Steileisflanken gemacht, sondern wirklich für Schneefelder mit einem leichten Gefälle. Oder für die Stadt. Und mit dem bin ich auf alle Fälle sicher unterwegs. Und für alle Bereiche, für denen Grödel nicht mehr reichen, wenn man weiß, es gibt sehr große Schneefelder oder es ist komplett noch schneebedeckt, weil der Berg so hoch ist oder weil man halt im Winter viel draußen ist, dann ist es empfehlenswerter, man nimmt Steigeisen mit. Die sind einfach noch mal massiver und halten je nach Fahrrad auch besser am Schuh. Da gibt es verschiedene Typen. Wir haben einmal beginnend das Körbchen Steigeisen. Das Körbchen Steigeisen hat hinten eine Plastikbindung, nennen wir es einmal so. Und vorne auch. Das heißt, das umschließt den Schuh komplett, wird mit Bändern fixiert und ich habe dann durch die Krallen, die da seitlich drauf sind, einfach einen sehr, sehr guten Halt. Die nächste Festigkeitsstufe sind dann semi-automatische Steigeisen. Semi-Automatik heißt, ich habe vorne wieder mein Kunststoffteil für den Zehnbereich des Schuhs. Das ist für alle Schuhe, die keine Aufnahme für Kipphebel vorne haben. Ich habe aber hinten schon meinen Kipphebel. Durch diese Fixierung habe ich einen für ein bisschen Halt drinnen zwischen Schuh und Steigeisen als mit dem Körbchen Steigeisen. Ich brauche dafür aber ein Modell, das diese Kipphebelaufnahme an der Sohle hinten hat. Und das dritte Modell, das wir hier haben, ist dann sozusagen das am besten hält. Vorne Kipphebelaufnahme für den Schuh und hinten. Das heißt, die Sohle muss aufgebaut sein, dass ich vorne und hinten in diese Drahtbügel reinkomme. Dort habe ich den besten Halt drinnen. Allerdings braucht der Schuh dafür auch diese Aufnahmemöglichkeiten und die Schuhe für das sind schon ziemlich schwer und anspruchsvoll. Weitere Kleinigkeiten, die wir hier haben, wenn sich jemand so etwas als erstes zulegt. Das Steigeisen gibt es immer für rechts und links. Das ist ein Paar. Man hat immer eine 50-50 Chance, wenn man sich das erste Mal anzieht, dass man richtig liegt. Aber die sind, wie man es da jetzt sieht, gebogen. Ich habe da drinnen eine Biegung, die geht noch so. Das heißt, das ist links und man sieht es auch, weil von der Bindung her oben das Teil außen muss. Das ist ganz wichtig. Wenn ich innen binden würde und ich gehe eng aneinander vorbei, dann kann ich mit meinem eigenen Knoten da hängen bleiben. Und das lässt mich vielleicht stürzen an einer blöden Stelle. Deshalb ist das auch außen. Weiter sind da unten drauf, wie man sieht, Aufstollhilfen. Das heißt, Anti-Stollplatten. Das sind Gummiteile, die sind elastisch. Die sorgen dafür, dass der Schnee nicht picken bleibt oder weniger picken bleibt und gleich wieder mal abfällt. Es gibt Steigeisen mit und ohne und es gibt diese Teile auch zum Nachkaufen. Kann ich echt empfehlen, meistens, wenn der Schnee so batzig wird. Wenn man im Frühjahr rausgeht, ihr kennt das vielleicht an die eigenen Schuhe. Ihr geht es raus und nach 10 Meter steht es nicht mehr so, sondern so durch, weil es im Fersenbereich schon 5 cm aufgestellt ist. Das ist im Alpinengelände natürlich extrem gefährlich, weil ich den Grip verliere. Deshalb sind diese Anti-Stollplatten da unten drauf, die verhindern das. So, jetzt möchte ich euch zeigen, wie man die Steigeisen an den Schuhen anbringt. Wenn man sie anzieht sozusagen. Alle, die es schon haben, die wissen sehr, wie es geht. Und für alle, die gerade anfangen wollen, ist das vielleicht die erste Möglichkeit, dass sie es einmal sehen können. Vom Prinzip her, ich habe da jetzt verschiedene Schuhe. Da habe ich einen Schuh, der hat weder vorne nach hinten eine Kipphebelaufnahme. Das heißt, auf so einem Schuh kann ich entweder Krödel drauf geben oder eben, wenn ich es dann ein bisschen massiver brauche, Körbchensteigeisen. Der Schuh ist schon recht hart. Das heißt, ich habe von der Sohle her die Stabilität, die ich brauche für das Ganze. Und dann wird das hier eingefädelt. Wichtig ist einmal, rechts und links unterscheiden. Man erkennt es gleich einmal, links ist dort, wo die Bindung links außen ist oder die Schnürung. Und außerdem ist es gebogen. Das heißt, ich habe eine Biegung so, das kann nur links sein. Ich muss die Länge einstellen. Alle Steigeisen lassen sich der Länge noch verstöhnen, dass verschiedene Modelle drauf passen. Das heißt, man kann auch Familiensteigeisen haben, die von verschiedenen Geschwistern, Söhnen, Papa, Großvater, was immer genutzt wird, wenn man nicht gemeinsam geht. Es wird ganz einfach da hinten ein Hebel ausgezogen und dann kann ich dieses Steigeisen der Länge noch verstöhnen. Das muss ich quasi richtig auf meinen Schuh anpassen, damit das dann drauf passt. In dem Fall habe ich da einen rechten Schuh, also nehme ich das rechte Steigeisen. Vorne habe ich nur meinen Kunststoffhalt. Ich schiebe den Schuh ganz nach vorne. Das Steigeisen habe ich der Länge nach vorher schon richtig eingestellt. Und jetzt habe ich da drauf eine Bindung, die ist zum Schnüren. Das heißt, ich fädel die einmal vorne durch, weil ich vorne einen Halt brauche. Das ist jetzt die Verbindung, die mir hilft, dass mein Schuh mit dem Steigeisen eine Stabilität kriegt. Vorne durch und dann seitlich durch diese zwei Metallteile. Das ist immer ein bisschen ein Gefudel, bis sich das ausgeht. Da oben geht es leichter, als wenn man dann natürlich am Berg schon im Eis sitzt. Aber da kommt keiner drum herum. Das ist so. Diese Verschlüsse sind selbstklemmend. Das heißt, ich fädel das einmal durch. Ich ziehe das ganz nach vorne, so fest wie ich kann. Und das gibt mir schon einmal einen massiven Halt da drinnen. Es bleibt dann da noch einiges über. Da gibt es jetzt die verschiedensten Möglichkeiten, wie ich mich weiterhin fixiere. Eine gute Möglichkeit ist natürlich, dass ich es vom Riss her mache. Ich kann entweder vorne nochmal durchgehen oder da direkt drüber. Ich habe meistens noch die Möglichkeit von verschiedenen offenen Ösen, die ich dann nochmal rüberziehen kann. Und auf der anderen Seite nochmal fixieren. Und mit dieser Verbindung, die ich dann da habe, habe ich einfach einen optimalen Halt in diesem Eisen drinnen. Ohne, dass ich mir einen Schuh zulege, der jetzt die Möglichkeit hat für die Bügelaufnahme vorne und hinten. Aber vom Prinzip her zu schwer ist für meine Wandertouren, die ich benötige. Das heißt, mit einem guten Wanderschuh kann ich mit einem Körpersteigeisen schon sehr, sehr viel machen im Berg. Das war sozusagen die erste Möglichkeit. Dann haben wir die zweite. Das ist jetzt ein Schuh, der hat vorne immer noch keine Kiebhebelaufnahme. Aber hinten, man erkennt das, der hat ein richtiger Stufen drinnen in der Sohle. Das heißt, mit diesem Schuh kann ich ein semiautomatisches Eisen hernehmen. Auch da ist wieder dasselbe. Das heißt, wir schauen rechts oder links. Und kann das dann dementsprechend anbringen. Das semiautomatische Steigeisen, das wir hier haben, hat auch wieder vorne Körbchen. Hinten aber schon die Kiebhebelaufnahme. Und gebogen nach rechts. Das heißt, da passt mein rechter Schuh genau rein. Ich muss das natürlich der Länge nach anpassen, dass das wieder genau passt. Vorne stecke ich den Schuh rein, so fest wie es geht. Und hinten habe ich dann diese Kiebhebelaufnahme. Die kann man auch noch einstellen, damit es richtig gut sitzt. Wenn es einmal so kloppt, wie es da jetzt dieses Puff gemacht hat, sitzt es auf jeden Fall. Der Halt, den ich da drin habe, ist natürlich schon besser als der Halt, den ich in einem Körbchensteigeisen habe. Meistens sind aber die Schuhe hinten mit der Kiebhebelaufnahme schon mal steifer als die ohne. Das heißt, mehr Komfort hat man meistens in einem Schuh ohne Kiebhebelaufnahme. Der ist dafür besser im hochalpinen Gelände, als ob die lange Touren, die ich mache, weil ich die Sicherheit benötige. Dann ist vom Prinzip her genau das Gleiche. Ich habe wieder meine Schnürung, mein Mandel. Das muss ich da vorne durchschnüren, damit ich mich wieder verbinde. Schuh und Steigeisen sollen möglichst eines werden. Ich habe auf der Seite wieder meine Schnallen. Die kann ich natürlich weiter nach vorne schieben, je nachdem, wo ich es gerne haben möchte. Einmal durchgefadelt. Zugezogen. Fixiert sich selbst. Kann dann natürlich auch noch zur Sicherheit noch einmal durchfahren und einen leichten Knopf drauf machen. Damit das halten und den Rest dann durchs Schlaufen einfach so machen, dass es mich nicht mehr stört. Auch da sieht man wieder die Möglichkeit zum Klemmen ist außen. Somit habe ich das Steigeisen richtig angezogen und wenn beide das Innen haben, haben wir es falsch. Und die dritte Möglichkeit ist dann die stärkste. Wenn ich dann Schuhe habe, wie diesen, Hochalpinschuhe, die haben vorne eine Kipphebelaufnahme oder Drahtbügelaufnahme. Und hinten die Kipphebelaufnahme, die das andere Modell auch schon hat. Hier kann ich dann automatisch Steigeisen verwenden. Jetzt hören wir wieder das Plopp. Da muss ich dann vorne nicht mehr rüberfahren, weil ich vorne eine totale Fixierung auf der Sohle habe. Das heißt, ich kann gleich da oben rüber und wieder durch diese zwei Ösen durchschlaufen, diese selbst fixieren. Und zuziehen. Jemand, der vorne das Gefühl haben möchte, dass er auch noch was hat, kann natürlich das auch nach vorne ziehen und wieder zurück. Normalerweise reicht das. Ich kann dann nochmal rumfahren und das hinten einfach verstauen, damit es dann selber nicht löst. Je mehr Knoten ich da hinten rein mache, umso blöder ist, wenn das Ganze vereist. Aber gut, das ist dann die beste Möglichkeit, wie man im Hochalpinengelände geschützt ist mit einem Automatiksteigeisen, wenn man den dementsprechenden Schuh dazu hat, der diese Aufnahme hat. Auch das ist dann noch mal für die Einrichtung. Vielen Dank.